Ich will, dass du sie behältst, weil wir ein gutes Date hatten und wir hatten einen guten Kuss. Ich habe den ersten Kuss natürlich auch verschwiegen. Ich finde es halt einfach ein No-Go. Die Situation im Haus ist aktuell so, dass alle denken, ich bin falsch, ich lüge, ich spiele kein richtiges Spiel, ich habe eine Strategie, ich bin einfach zu emotional etc. und es nervt einfach, es nervt. Ich bin immer noch ich, ich bin mir selbst treu geblieben, ich präsentiere meine Gefühle und that's it. Und ich bin nicht hier, um eine Freundschaft zu binden, definitiv nicht. Ich bin hier für Niklas. Dass er zu einer Strategie gegriffen hat, zu 100% ein anderes Bild zu schaffen, zu lügen, um sich Vorteile zu schaffen, ist jetzt bei mir nicht auf Begeisterung gestoßen. Viele haben es Dominik, glaube ich, schon eher übel genommen, beziehungsweise merken schon, okay, er scheint vielleicht auch ein bisschen berechnend zu sein. Ich kimpfe dafür und bleibe stark und bleibe fokussiert und werde weiterhin, werde mich selbst treu bleiben, ehrlich sein, naja gut, ehrlich sein. Es gibt Leute, die ihm das sehr übel nehmen und ich glaube, die werden ihm das auch nicht mehr verzeihen. Warst du da dabei gesessen, als ich gefragt habe? Hat er ja gesagt nein. Wer hat das gesagt? Dominik. Wenn ich ihn frage, hast du ihn geküsst und er sagt nein und das Date war so schlecht, dann ist es halt total gelogen. Ich weiß nicht mehr, was richtig was Falsches ist. Wenn ich denn in der Lage gewesen wäre, ich hätte es euch aufgedrückt. Mal, du weißt schon, dass ich hier liege. Ich weiß. Wie respektlos kann eine Person sein, über jemanden zu reden, der ihm gegenüber liegt. Das war mein Kurs, das war mein Teammoment. Natürlich habe ich dich angelogen und die anderen. Was soll das? Das ist für mich kindisch, kindisches Verhalten. Ich genieße den Moment. Ich gönne dir das total. Ja, aber dann sagt es doch mir bitte und mach das nicht hier hinten rum. Dann geh ins Klo oder geh draußen hin. Es ist doch nicht böse gemeint von mir, weißt du? Nein, aber ich finde es... Ich finde, es ist überhaupt nicht böse von mir gemeint. Das ist nur meine Meinung. Ich brauche keine Lügen, ich brauche keine Unehrlichkeit. Das habe ich nicht nötig. Da gehe ich halt meinen Weg.